ja sehr geehrte damen und herren herzlich willkommen zu einem weiteren video für die 16 2 mit den neuerungen und hier soll es jetzt um den liegenden sprinkler gehen den haben wir neu eingeführt wir haben stehende sprinkler und hängende sprinkler sieht man hier ist eine seitenwand düse hängt guckt also nach unten das ist die liegende die ist jetzt neu und das ist die stehende und wenn man ganz kurz dieses netz generieren lassen dann kann man das auch entsprechend sehen und wenn ich jetzt mal hier das ist glaube ich der stehende gewesen dann sehen sie dass der sprinkler kopf hier nach oben ausgerichtet ist und der liegende ist dann entsprechend waagerecht wichtig ist hierbei der einstrich leitung die hier drunter liegt vor der generierung müssen sie die gleiche höhe geben wie dem sprinkler kopf selber sonst passen die beiden nicht zusammen ja das ist der liegende sprinkler gibt es in zwei varianten zeige ich noch mal ganz kurz das ist der seiten oder die seitenwand düse liegend und das andere ist der seitenwand sprinkler die beiden gibt es also als liegende variante jetzt neu dann haben wir extra für diese beiden sprinkler noch eine platzierfunktion hinzugenommen ich kann über rechte maustaste neu mit denen mal aufrufen und sie sehen jetzt dass der eben auch an linie und an wand platziert werden kann kann man den also einfach hier sauberer oder schneller platzieren und hat den dann entsprechend hier an der richtigen position kann ich hier auch noch mal bei dem zeigen dann sieht man dass der hier jetzt an der vorderkante von der wand sitzt ja das kann man dann auch noch nutzen für diesen liegenden sprinkler weitere informationen entnehmen sie bitte dem neuen in zur 16 2 und sie finden auf unserem youtube kanal auch weitere videos vielen dank